kubische kanonschläge eine neuheit 2018 19 von pyroland jägen 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 kub Ja, ich muss sagen, ich bin etwas enttäuscht von diesem Q-Big, ihr habt es hier gerade. Genau, totaler Rotz, aber vielleicht war es nur eine schlechte Charge, aber man weiß es nicht. Ich bin etwas enttäuscht von diesem Q-Big, ihr habt es hier gerade.